Arbeiten Sie in der industriellen Tiefkühlung? Sind Ihnen die steigenden Energiepreise aufgefallen? Vielleicht hat Sie beim Anblick der letzten Energierechnung der Schlag getroffen? Wege zu finden, Energie zu sparen, wird immer schwerer. Aber wussten Sie, dass Sie mit einfachen Maßnahmen den Energieverbrauch Ihres Schockfrosters deutlich reduzieren können? Hier kommt FreeStack ins Spiel. Unser geschütztes Spacer-Design ist speziell entwickelt, um die Gefrierzeit und Energiekosten in Ihrem Schockfrostverfahren zu reduzieren. Je nach Setup um bis zu 80%. Möchten Sie mehr wissen? Klicken Sie auf den Link und erfahren Sie mehr darüber, wie FreeStack Ihnen helfen kann, dort Geld zu sparen, wo es darauf ankommt. Oder schauen Sie einfach weiter. Denn wie unterscheidet sich unser Spacer von anderen Lösungen am Markt? Das einzigartige Design lässt mehr Luft durch die Palettenstapel und führt dadurch mehr Wärme ab. Dadurch reduzieren Sie die Zeit und die Energie, die benötigt wird, um ein vollständig gefrorenes Produkt zu erhalten.